Hey Leute, der Konvoi von Dr. Sloan ist jetzt ein Stück weiter und befindet sich nun unterhalb von der zerschmetterten Station oder zerschmetterte Schüssel, heißt der Orientierungspunkt glaube ich, und ihr habt die Möglichkeit mit dem Geschütz, weil das ist direkt oberhalb des Konvois, auf Dr. Sloan zu schießen. Also ich glaube so leicht sie zu killen war es noch nie. Dennoch müsst ihr natürlich weiter aufpassen. Das Salven-Impulsgewehr von ihr ist ja sehr sehr stark und das Geschütz, wenn ihr das nutzt, wie bei mir hier im Video, funktioniert nur immer eine kurze Zeit. Danach wird es heiß oder überhitzt, wird rot, dann müsst ihr kurz absteigen, steigt er wieder auf und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr sie damit relativ gut killen. Irgendwann ist das Geschütz vielleicht auch kaputt und dann müsst ihr das dann halt mit einem Sturmgewehr oder so machen. Aber für alle, die sie noch killen wollen oder so eine Runde starten wollen mit ihrem Impulsgewehr, jetzt habt ihr eine leichte Möglichkeit sie zu killen und auch den aktuellen Standort. Wenn es für euch cool ist, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim selber ausprobieren. die 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 Vielen Dank.